Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Ich möchte Ihnen heute erzählen von einem ganz erstaunlichen Forschungsergebnis. Und zwar geht es um Kinder und es geht um Klavierspielen. Und da hat man nun überlegt und versucht zu erforschen, was denn der Schlüsselfaktor oder die Schlüsselfaktoren sind für den Erfolg. Ist es die Intelligenz, ist es das Gehör, ist es das Einkommen der Eltern oder ist es die Bildungsschicht, in der sich das Kind befindet? Und dann hat man irgendwann festgestellt, das ist es alles nicht. Und man kam auf einen ganz erstaunlichen Faktor und zwar auf die Leistungsbereitschaft. Ich kürze das mal hier ab LB, die Leistungsbereitschaft. Und zwar hat man die Kinder gefragt, wie lange sie denn vorhaben, dieses Instrument zu spielen, das Klavier zu spielen. Und man hat drei Gruppen eingeteilt. Niedrig, also kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und damit wir das gleich visualisieren können, nutze ich drei Symbole. Also die Kinder mit einer nur kurzfristigen Leistungsbereitschaft bekommen einen Kreis. Mit einer mittleren Leistungsbereitschaft bekommen ein Viereck. Mit einer langfristigen Leistungsbereitschaft, also die Entschlossenheit, dieses Instrument wirklich langfristig zu lernen und langfristig zu spielen, bekommen ein Dreieck. Und jetzt hat man Folgendes festgestellt. Wenn man hier in diesem Koordinatenkreuz mal in Zusammenhang stellt, die Zeit, die die Kinder verwenden für das Üben. Also hier an der Abscisse steht die Übungszeit. Und wir teilen ein drei Rubriken. Niedrig, also eine kurze Zeit, Mittel und Hoch. Niedrig, das sind 20 Minuten pro Woche. Mittel, das sind 45 Minuten pro Woche. Und Hoch, das sind 90 Minuten pro Woche. Und hier die Leistung der Kinder, die man sehr genau gemessen hat, das möchte ich jetzt nicht hier im Moment vertiefen. Sondern ich möchte etwas anderes zeigen. Und zwar den Zusammenhang zwischen der Übungszeit und der Leistung, die am Ende rauskam, in Zusammenhang mit der Leistungsbereitschaft. Denn das ist ja offensichtlich ein entscheidender Faktor. Und jetzt ergab sich etwas Hochinteressantes. Bei den Kindern, die eh nur so, naja, sie wissen nicht genau, ob sie dieses Instrument wirklich langfristig lernen wollen. Ergab sich dieser Zusammenhang, also wenig Üben und niedrige Leistung. Bei den Kindern, die etwas mehr geübt haben, Entschuldigung, die nicht mehr geübt haben, die genauso lang geübt haben, aber mittlere Leistungsbereitschaft hatten, ergab sich eine etwas höhere Leistung. Und es überrascht uns nicht, dass die Kinder mit einer langfristigen Leistungsbereitschaft auch eine höhere Leistung brachten bei niedrigerer Übungszeit. Aber das Interessante ist jetzt die Entwicklung. Bei den Kindern mit niedriger Leistungsbereitschaft nahm die Leistung bei längerer Übungszeit, statt 45 Minuten, statt 20 Minuten, sogar noch ein bisschen ab. Bei den Kindern mit mittlerer Leistungsbereitschaft stieg sie leicht an und bei den Kindern mit langfristiger Leistungsbereitschaft und längerer Übungszeit stieg sie schon relativ steil an, die Leistung. Und jetzt kommt das Dritte. Die Kinder üben relativ lange, 90 Minuten pro Woche. Bei den Kindern mit niedriger Leistungsbereitschaft ein relativ schwacher Leistungszuwachs, sodass wir etwa diesen Verlauf hier haben. Diesen Zusammenhang zwischen Übungszeit und Leistung. Bei den Kindern mit mittlerer Leistungsbereitschaft ein, ja, so in etwa linearer Zuwachs, also etwa so. Und bei den Kindern mit langfristiger Leistungsbereitschaft eine Explosion der Leistung. Schauen Sie auf die Kurve. Wenn also langfristige Leistungsbereitschaft und auch längeres Üben zusammenkommt, explodiert die Leistung. Sie sehen, ich müsste das hier eigentlich noch weiter raufziehen. Ja, die Leistungskurve explodiert. Und das ist schon doch, finde ich, ein sehr interessanter Zusammenhang. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Goode, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.